Ja, moin Leute! Bevor dieser dritte Part von Riptide GP Renegade jetzt startet, wollte ich euch nochmal sagen, aktiviert bitte, bitte die Glocke. Das wäre ultra korrekt von euch, weil da müsste ich nicht immer diese ganzen Videos herumschicken, weil auf Dauer kann einem das auch auf die Nerven gehen. Das wäre ultra korrekt von euch. Und ich würde sagen, dann let's go mit dem Video. The Fish. Brumm! Alda, Brumm, Alda! Let's go! Karriere is da. Wir fahren jetzt die Ausscheidung. Alpha Stadion London. Ups! Salam Aleikum! Das haben wir doch schon gespielt im letzten Part, oder? Nein, das haben wir doch nicht. Scheiße! Ich muss auf den Countdown achten, weil wenn der Countdown oben rechts in der Ecke entscheidet der zur Zeit letzter aus, Alda. Das wird ja geil. Einer wurde schon mal eliminiert. Scheiße! Das geht schnell, Alter! Bot wurde jetzt eliminiert. Alter! Wigger! Ich bin direkt auf ihm gelandet, Digga. Es sind nur noch sechs Leute da. Oh! Hoppala, Digga! Zweiter von vier. Ich will nicht sterben, Bruder! Ich will nicht sterben, Bruder! Shisha, deine Mutter, Bruder! Oh, nein! Ich bin tot! Ich bin dritter! Geil! Ja! Nice! Easy! The Baking! Upgrade! Let's go, Bruder! Let's go, Party! Ja, Alda! Nice! Wie du eine Fabrik, Alda! Geil! Peace! Ich kann dich sehen, Amina Kulm! Oh, ich schaff' ich, Alter! Hopp, 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 hopp! Schaff' ich easy, guck! Ah, die, 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 die! Die Stelle kenne ich aus dem Trailer! Ah! Wow! Danke auch! Okay, letzter! Ich kann mich umhören! Brumm! Alda, brumm! Was das? Hui! Alda, Elektrozaun! Oder was? Ich fühle mich nicht gut hier drinnen, Alda! Es geht doch gar nicht hier. Ich konnte noch gar nicht jumpen. Wie traurig. Ich will jetzt springen. Wenn man in diesem Rennen nicht springen kann. Man kann in dem Rennen nicht springen. Es kommt nur auf die Geschicklichkeit an. Da kann man springen. Hopp. Ich konnte den Superman machen. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ah. Oh mein Gott. Scheiße. Leute. Das geht jetzt an Zocker. An Zocker X2. Wenn mein LP vorbei ist. Können wir ein Online Match. machen. Wir beide zusammen. Dann können wir noch online spielen. So im Stream oder im Video. Okay. Ach so. Hier kann man auch noch lang. Ach so. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Muss ich sagen. Ich muss dann gleich noch um die Ecke. So. Zack. Zack. Easy Leute. So dritter sind wir schon mal easy. Und wenn ich nicht dritter werde. Ist das hart meine Schuld. Aber ich werde easy dritter. Guck mal auf die Karte. Easy Alter. Moin. So dritter. Level vier. Jetzt nicht. Weiter. Let's go. Ein Upgrade. dieses spiel ist für kinder unter null jahre nicht geeignet scheiße das darf ich noch nicht spielen auch ein mitseln ja mann hier hat weggerannt Scheiße, jetzt werden wieder Leute eliminiert. Also muss ich dauerhaft drunter bleiben. Kacke, das geht zu schnell. Ich muss irgendwen überholen, sonst bin ich gleich tot. Kommst du hier? Nein! Scheiße, scheiße! Ah, kacke! Wir müssen ja nochmal. Ich kann dich sehen, Herr Müller-Korn. Es sind acht und die acht haben immer elf Sekunden Zeit. Ich darf jetzt überhaupt nichts verscheißen, Alter, sonst bin ich tot. Einer ist schon eliminiert worden. Guck, easy! Das ist mein Win, Alter. Nein, oder? Ja, verkrüppel dich doch! Digga, der soll sich verkrüppeln, der da, der vor mir. Wow! Hate you, man! Tschüss! Ah, guck, er ist schon müde. Ausscheidung! Guck mal, guck mal! Untertitelung des ZDF, 2020